Die Boot ist für uns einfach eine unglaublich wichtige Plattform, weil wir hier genau unser Publikum treffen. Die Interaktion mit den Besuchern auf dem Messestand, über die ganze Messelaufzeit ist einfach sensationell. Die Atmosphäre hier auf der Boot ist großartig. Hier sind alle, alle auf die es ankommt jedenfalls. Und die Messe, muss man auch dazu sagen, ist perfekt organisiert. Man merkt einfach, dass die Expertise hier auf der Boot höher ist, deswegen haben wir großes Interesse, können gute Geschäfte machen. Und deswegen ist es einfach der ideale Ort für uns, hier auszustellen. Wir haben ein tolles Fachpublikum hier, wir haben tatsächliche Käufer auch hier, nicht nur Besucher, sondern tatsächlich für uns ganz relevante Zielgruppen. Wir haben jetzt eine sehr gute Mischung. Auf der einen Seite Yachten, Boote, aber auch das Programm ringsherum. Sei es nun zum Thema Nachhaltigkeit auf der politischen Seite oder auf dem Bereich Tourismus, Tau, Sport, Accessoires. Es gibt ein rundes Paket, was dann auch wirklich die Besucher anlockt. Die Boot-Show ist sehr wichtig für uns, weil es uns die Chance gibt, dass wir direkt mit den Klienten haben. Der Boot ist die einzige Fiera Europäer, mit einer Struktur und einer Organisation, die dir ermöglicht, wie du es heute sehen kannst, unter den Lichtern, in großen Spuren. Die Düsseldorf-Boote-Show ist wirklich eine Präsentation des gesamten Welt der Woterspuren. Wir sind Aussteller im Grunde genommen, seit es die Boot gibt und von dem her halten wir der Boot auch die Treue, weil wir von der Boot als B2C-Messe voll überzeugt sind.